Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Golden Sun Expert. So, ich bin mal wieder im Kampf gegen Satorus und ich hoffe, diesmal besiege ich ihn. Vorher sage ich mal was, meine Gruppe sind jetzt alle auf Level 20, außer mir, die ist auf Level 23. Und Isaac hat einmal Tonspitze, glaube ich, gelernt und Phönix. Kann er jetzt nur nicht benutzen, weil ich alle Genies auf Standby gesetzt habe, damit ich sofort Rufen machen kann, was ich jetzt auch tun werde. So, das sollte schönen Schaden machen. Oh Gott, Eruption, bitte nicht. Ivan ist schon wieder fast K.O. Ja, das lasse ich jetzt auch noch schön, die Animationen abspielen, die sind so schön. Ja, das sollte am meisten Schaden machen, weil Wasser, ja, 430. Er kraft nochmal an, das ist gut. Und hier, da gut, die ist nicht so schön. Die von Ivan und mir, die beschwungen, dann finde ich doch noch am besten. Aber das ist auch cool. Aber kaum Schaden, weil Feuer gegen Feuer. Hm, na gut. Na ja, hier Tonspitzen. Ich zähle ich mal ein. Ähm. Du musst mal. Hast du nicht auch irgendwas gelernt? Ich glaube nicht. Mach mal Hitze, Sturm. Ivan, du. Must. Obwohl, ähm, 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 mach mal Tornado. Mia, du hältst Ivan. Ja. Ja, 88. Okay. Segnung, na super. Wie viel zieht das so? 101. Hitze, Sturm. 168. Gut, verbinden wir uns. Das macht uns nur, das macht uns nur stärker machen. Huh, ich bin ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Ich werde zweimal verloren, aber ich hoffe, jetzt klappt das. Setz mal Ragenjog ein. Du greifst mal normal an. Ivan, du musst jetzt aufprall hierhin. Auf Gerrit. Und du musst tiefes Gebet auf dich selbst. Flam. Oh. Mia, nein, nein, shit. Gerrit. What the fuck? Ah. So, ich müsste jetzt für nichts benutzen können. Ja, kann ich. Du machst das auf Mia. Hab ich dir nicht auch was gegeben, was heilen können? Heilkraut, Heiltrank würde ich dir benutzen. Mach dir mal da hin. Du müsstest Nüsse haben, ja, einige. Das heißt ich selbst. Okay. Phoenix. Gut. Was ist das? Wie konnte er? Er hat gerade nie angegriffen. Die war unter Kaobi. Wie konnte er die als Ziel auswählen? Na, ich glaube, die Gegner können alles. Ich könnte ja nicht auf den Gruppen... Ich könnte keinen toten Gegner angreifen. Na ja, egal. Na ja, auf jeden Fall ist es schön, dass ich jetzt beleben kann. Jetzt werde ich jetzt auch hier nicht kränge, dass ich nichts mehr eingesetzt habe, damit ich die immer zur Verfügung habe. Ähm... Gut. Aber wieder Ragnok. Du greifst normal an. Du benutzt Sägenus auf Gerrit. Und du machst noch eine Wunschquelle zusätzlich. Eruption. Okay, die Wunschquelle war eine gute Idee. Oh ja, das ist schön. Wie Schaden macht das? 90. Patonspitze hat mehr gebracht. 46. Super. Dieser Kampf kann dauern. Besonders, weil ich weiß nicht, wie viel HP er hat. Ach ja, wie viel er denn hatte, sage ich euch, wenn ich gewonnen habe. Gut. Aber wieder Tonspitzen. Gucken wir mal hin, Lannis. Ich probiere mal ein bisschen aus. Ähm... Stärkt Widerstand. Mache immer deinen Widerstand. Den möchte ich auch kein Gännis mehr benutzen. Weil... Das ist die Wunschquelle und so weg. Gott. Eishorn. Mache. 106. Was geht eigentlich? Äh, natürlich wirkt es dich. Mh... Mh... Dumm. Soll ich es jetzt einfach mal von hier nehmen, wie der Stand? Irgendwas muss ich machen. Mach mal Wunsch. Wir wissen ja nicht, was der vielleicht so machen wird. Ja, doch, Wunsch war eine gute Idee. Vielleicht sogar Wunschquelle machen sollen. Na gut. Feuerball. Wie schade macht Epikzentrum. Wie schade macht Epikzentrum. Würde mich jetzt mal nur mal so interessieren. Wieso muss ich das eigentlich nicht? Verteidigung kann allem verstärken. Was weiter mit Widerstand. Jetzt auf Isaac. Nun war es wieder Wunschquelle. Hm, okay. So, alle sind wieder voll. Hm, Dings bringt mehr. Turnspitze. Okay. Das war mir zumindest etwas. Gut, machen wir aber damit schon, Spitze. So, du kannst mal wieder einfach mit den Genies englischen sitzen. Und du auch. Ich habe mich sowieso nochmal in Widerstand. Naja, egal. Ich muss es passieren, das dauert dieser Kampf ewig. Eruption, wenn ich gewagt hätte, ich gewinnt war, Leute. So. Haben wir was, was Dings heilt. Nee, ich ziehe Miggi. Aber ich habe irgendjemand hat da was. Wir machen einfach mal Kristallstaub. Einfach weil ich es habe. So, dann machen wir noch das. Und wie ein Heimer, dann mal, ich würde einfach sagen, E-Bahn. Guck mal, ich wütze das ab. Sonst war ja, ist doch ganz okay. Okay. Greif nochmal an. Das ist jetzt ein bisschen dumm, aber geht nicht anders. So. Nein. Ja. Jetzt sollte ich nochmal schönen Schaden machen. Und ne Reiter. Komm. Ja, ist gut. Du machst jetzt noch eine Heilung auf Gerrit. Du machst mal Hützesturm. Ivan, du heilst miteinander's mir. Wichtig. Sehr wichtig. Und du heilst Ivan mit Gebet. Okay. Ja, ist okay. Puh. Mann, ich bin ein bisschen ruhig bei diesem Kampf vielleicht. Aber ich muss mich ja echt konzentrieren. Ich bin echt angespannt, Leute. Ich hab sowieso kein Team AG mehr, also ist es eigentlich auch egal. So kann ich jetzt doch ruhig draufhauen. Ähm. Angriff. Ich glaub du hast was. Was? Hier. Ja hier, du hast ein Cycrystall. Ja, ich mach es mal. Gebet auf Gerrit. So. Eruption. Oh Mann. Jetzt haben wir voll drauf. Granit. Da ist halt warten wir jetzt noch ein bisschen. Machen wir erst einmal. Wieder Hützesturm. Wird jetzt nichts zu verlieren, da können wir es ruhig nochmal machen. Ich muss jetzt einfach mal Wunschquelle. Obwohl, das läuft vielleicht unnötig. Egal. Jetzt schon kann schon nicht mehr erhöht werden. Okay. So. Segnung. Hützesturm. Hier. So. Ramses. Ist auch nicht mehr viel zu verlieren. Ich muss da jetzt mal Eis holen. Feuerwalze. Okay. Ah Mann. Da wurde 97 gegen eigentlich. Ramses. Hier. Oh ja. 431. Auch nicht schlecht. So. Turnspitzen wieder. Du machst Fieber. Ivan. Du kannst jetzt wieder Atalanta machen. Mir. Du machst Wunschquelle. Ich hoffe, ich kann es diesmal echt schaffen. Aber er hat echt eine Menge KP. Aber mit Wunschquelle und Phoenix ist das hier echt machbar. Und Felix wäre mir jetzt schon besiegt gewesen und das hätte ich keine Wunschspiele machen können. Und das hätte böse geendet. Ja. Nein. Du machst weiter mit Tonspitzen. Du machst jetzt deine Beschwerung, Gerrit. Und Ivan kann jetzt. Ähm. Das funktioniert sowieso nicht bei denen. Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Mach mal Stormblitz. Mia. Eishorn. Eruption. Tonspitze. 103. Das gibt es nicht. Das stimmt einfach nicht. Granit wieder. Aber wieder Hitzesturm. Storblitz. Und Duwunschquelle. Oh, die Hitzesturm. Äh, ohne hier Dings. Äh, Herdbarriere von Granitore Ivan. Jetzt habe ich draufgegangen. Aber zum Glück habe ich das hier gemacht. Ist halt hier auch schön geheilt. Ja, mach deine Gesegnung. Ja, dieser Kampf könnte lang werden. Leute. Na ja, genau. Kiesel wieder. Ähm. Ja, wir gehen jetzt halt die Zmecki aus. Also greifst du jetzt einfach normal an. Du musst Sturmbilz. Du musst Eishorn. Oh ja. Geh sterben. So, Ramse ist wieder. So, hier machen wir mal die Angriffskrafttonalen. Machen wir noch Brise. Wir haben ja nicht genug Widerstand. Nein, überhaupt nicht. Und Duwunschquelle. Und der Widerstand bringt echt nichts mehr. Auch fast alle sind hier getäuscht. Mach ruhig. Ich glaube, das kriege ich jetzt echt hin. Aber er will nicht sterben. Ist hierbei ein sehr langer Kampf. Kann man nichts gegen machen. Tonspitze. Hm. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Aber ich werde jetzt auch wieder Mia. Also ihre Genies benutzen lassen. Weil sie doch am meisten Schaden mit ihrer Beschwörung macht. Ich hoffe echt, ich bereue das jetzt nicht. Oh ja, aber so schön Schaden. 102. Hier Fieber. Komm, der kann nicht mehr so viel haben. Du kannst jetzt hier rufen. Du kannst auch rufen. Du benutzt Sprudel und Hals. Ja. Hey, Eber. Weil ich habe schon Angst, dass er stirbt. Ja, ich habe es gewusst. Ich habe die Richtige genommen. Und hier. Bam, 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 bam. Stirb, stirb. Yes. Tod. Tod. Besiegt. 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 Oh, ich habe ihn besiegt. 6000 Erfahrungspunkte. Hm, Level 21 für Isaac. Gerrit Level 21. Iban Level 21. Ähm, etwas gelernt. Scheiße, ich gucke nachher nach. Mia ist nun ein gelehrter Level 24. Ich habe auch etwas gelehrt. Verdammt, ich gucke immer nicht hin. 5000 Münzen. Äh, ja, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Schnitt. Ich denke mal, der Kampf hat sehr lange gedauert. Und wow. Äh, ja. Ich kann euch jetzt mal sagen, wie viel KP er hatte. Er hatte 5000. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Aber gut. War ein sehr langer Kampf. Ich denke, er hat den ganzen Part geführt. Darum mache ich einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.